Die Kieferorthopadie ist ein Fachgebiet der Zahnmedizin, das sich mit der Diagnose, Prävention und Behandlung von Zahn- und Kieferfehlstellungen befasst. Zahnspangen sind eines der bekanntesten Behandlungsmittel der Kieferorthopadie, aber dieses Fachgebiet umfasst noch viel mehr als nur das Tragen von Metallklammern. In diesem Video werden wir die Welt der Kieferorthopadie nachher betrachten und einen Blick auf Zahnspangen und weitere Behandlungsmethoden werfen. Zahnspangen sind Vorrichtungen, die an den Zahnemen befestigt werden, um sie in die richtige Position zu bringen und Zahn- oder Kieferfehlstellungen zu korrigieren. Es gibt verschiedene Arten von Zahnspangen, darunter feste Zahnspangen, herausnehmbare Zahnspangen, unsichtbare Zahnspangen und viele mehr. Jede Art von Zahnspange hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und die Wahl der richtigen Zahnspange HNGT von der Art der Fehlstellung und den individuellen Bäder-Einviertlerfnissen des Patienten ab. Feste Zahnspangen bestehen aus Metallklammern, die mit einem Draht verbunden sind, der die Zahne in die Gewah-Einviertel-Nachte-Position zieht. Obwohl feste Zahnspangen Auffalliger sind als herausnehmbare Zahnspangen, sind sie oft effektiver bei der Korrektur schwerwiegender Fehlstellungen. Herausnehmbare Zahnspangen werden hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen verwendet und Kanin herausgenommen werden, um die Zahne zu putzen oder beim Essen. Unsichtbare Zahnspangen sind eine neuere Entwicklung in der Kieferorthopadie und bestehen aus transparenten Kunststoffschienen, die die Zahne sanft in die Gewah-Einviertel-Nachte-Position schieben. Neben Zahnspangen gibt es noch viele andere Behandlungsmethoden in der Kieferorthopadie, die dazu beitragen, Kanin, Zahn- und Kieferfehlstellungen zu korrigieren. Dazu gehören unter anderem Gaumenspangen, die den Gaumen erweitern und Platz FA-Einviertel-Einviertel-Nachte-Position zieht. In einigen FA-Len kann ihnen auch Kieferoperationen notwendig sein, um schwere Fehlstellungen zu korrigieren. Die Behandlung mit Zahnspangen kann je nach Art der Fehlstellung und dem individuellen Fall des Patienten mehrere Monate oder sogar Jahre dauern. Während dieser Zeit ist es wichtig, regelma-eige Kontrolltermine beim Kieferorthopadien wahrzunehmen, um sicherzustellen, dass die Zahnspangen-Ordnungs-Gemma-Ei funktionieren und die Zahne und der Kiefer sich wie geplant bewegen. Es ist auch wichtig, eine gute Mundhygiene aufrecht zu erhalten, um Caries und Zahnfleischentzer-Einviertel- Wachend der Behandlung zu vermeiden. Nach Abschluss der Behandlung mit Zahnspangen ist oft eine Retentionsphase erforderlich, um sicherzustellen, dass die Zahne in ihrer neuen Position bleiben. Dazu kann in feste oder herausnehmbare Retener verwendet werden, die die Zahne auf lange Sicht stabilisieren. Es ist wichtig, die Anweisungen des Kieferorthopadien FA-Einviertel-R die Retentionsphase genau zu befolgen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Behandlung langfristig erhalten bleiben. Die Kieferorthopadie spielt nicht nur eine wichtige Rolle bei der Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen, sondern kann auch zu einem Scharnieren-Latschellen und einem verbesserten Selbstbewusstsein beitragen. Viele Menschen, die Zahnspangen getragen haben, berichten von einem gesteigerten Selbstbewusstsein und einem positiveren Lebensgefahr ein Viertelheil nach Abschluss der Behandlung. Insgesamt bietet die Welt der Kieferorthopadie eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten, um Zahn- und Kieferfehlstellungen zu korrigieren und ein Scharnies-Latschellen zu erreichen. Wenn Sie oder Ihr Kind unter einer Fehlstellung leiden, sollten Sie einen Kieferorthopadien konsultieren, um die beste Behandlungsoption FA-Einviertel-R ihre individuelle Situation zu finden. Mit den richtigen Behandlungsmethoden und etwas Geduld kann Ihnen auch Sie ein strahlendes Latschellen und gesunde Zetani erreichen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.